Auf dem Finanzmarkt gibt es einige Akteure, die auch von fallenden Kursen profitieren können. Sie praktizieren das sogenannte Short-Selling bzw. Leerverkäufe. Die Gegenpartei von Leerverkäufern sind sogenannte Wertpapierleiher. Dieses Thema betrifft auch uns, wenn wir in ETFs anlegen, weil auch die ETFs-Fonds, in die wir investieren, Wertpapierleihe betreiben können. Deswegen beschäftigen wir uns in diesem Video einmal mit dem Thema Wertpapierleihe und Leerverkäufe. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute schauen wir uns mal das Thema Leerverkäufe und Wertpapierleihe an. Schauen wir uns zunächst einmal den Kontext von diesem Thema an, warum es denn für uns als Anleger in z.B. ETFs-Fonds interessant ist zu wissen, was denn Leerverkäufe sind und was Wertpapierleihe ist. Gerade physisch replizierende ETF-Fonds betreiben Wertpapierleihe, um durch die Leihgebühr etwas zusätzliche Rendite für die Anleger erwirtschaften zu können. Was denn genau physische ETFs sind und wie sie sich von Swap-ETFs unterscheiden, haben wir euch bereits in diesem Video erklärt. Diejenigen, die sich Wertpapiere leihen, nutzen das, um sogenannte Short-Geschäfte, also Leerverkäufe, zu tätigen. Schauen wir uns zunächst einmal ein Beispiel an, was denn ein solcher Leerverkauf ist und wie er funktioniert. Bei einem normalen Aktienkauf gibt es den Anleger, der sich am Markt eine Aktie einkauft. Hierzu benutzt er eine Depotbank oder einen Broker, um diese Transaktion auszuführen. Wir lassen diese Depotbank aber jetzt in diesem Beispiel mal außen vor, um das Beispiel möglichst einfach zu halten. Bei einem normalen Aktienkauf ist es das Ziel, die Aktie möglichst günstig zu kaufen, um sie dann irgendwann in der Zukunft zu einem höheren Kurs wieder zu verkaufen. Ein Anleger, der einen Leerverkauf tätigt, hat genau die gegenteilige Intention. Er möchte zu einem möglichst hohen Kurs eine Aktie verkaufen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem niedrigeren Kurs, wieder einzukaufen. Er profitiert also von fallenden Kursen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man denn etwas verkaufen kann, was man gar nicht besitzt. Und genau an diesem Punkt setzt die Wertpapierleihe ein. Der Anleger, der einen Short Sale tätigen will, also einen Leerverkauf, leiht sich ein Wertpapier von jemand anderem. Wie bereits erwähnt, kann das zum Beispiel ein physisch replizierender ETF-Fonds sein. Der Leerverkäufer leiht sich also die Aktien, bezahlt dafür an den Wertpapierleiher eine Leihgebühr und versichert ihm, diese Aktien zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zurückzugeben. Der Leerverkäufer hat nun die Aktie und wird sie auf dem Finanzmarkt verkaufen. Jetzt spekuliert er darauf, dass der Kurs der Aktie zwischenzeitlich fallen wird, denn er hat ja die Verpflichtung, die Aktie später wieder zu kaufen, um sie dem Wertpapierleiher zurückzugeben. Das ist also der Mechanismus, wie man von fallenden Kursen profitieren kann. Zunächst einmal verkauft der Leerverkäufer sein Aktienpaket und erhält dafür Geld. Davon muss er nur zunächst einmal die Leihgebühr an den Wertpapierleiher bezahlen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss er dann die Aktien wieder zurückkaufen und hierfür Geld auf den Tisch legen. Sein Gewinn besteht dann hoffentlich zwischen der Differenz zwischen dem Geld, was er am Anfang bekommen hat, und dem, was er am Ende ausgeben muss, um die Aktien zurückzukaufen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, hat solch eine Transaktion natürlich auch enorme Risiken für den Leerverkäufer. Wenn man eine ganz normale Aktie kauft, dann ist das größte Risiko, was ihr habt, dass sie total an Wert verliert und bis auf Null fällt. Euer gesamtes eingesetztes Kapital ist dann weg. Beim Leerverkauf ist das Risiko noch einmal deutlich höher, da in der Theorie eine Aktie unendlich hoch steigen kann. Wenn der Leerverkäufer also Pech hat und die Aktie zwischendurch nicht gefallen ist, sondern im Gegenteil sogar gestiegen ist, dann muss er die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt teurer zurückkaufen, als er sie anfangs verkauft hat. Aber da auch die Aktie, wie bereits erwähnt, bis ins Unendliche steigen kann, kann auch sein Verlust theoretisch unendlich groß sein. Und auch wenn die Aktie sich nur seitwärts bewegen würde, also keine größeren Kurssprünge oder Kursverfälle registriert hat, hat er trotzdem einen Verlust, da er ja vorab die Leihgebühr bezahlen musste und zumindest diese dann verliert. Diese Technik des Leerverkaufens nutzen sehr häufig sogenannte Hedgefonds. Was das ist, dazu haben wir euch auch bereits ein Video produziert. Die Vorteile des Leerverkaufs sind ganz klar, dass man von fallenden Kursen profitieren kann. Wenn ein Hedgefonds sehr pessimistische Zukunftsaussichten hat, kann er mithilfe von Leerverkäufen auch dann Geld verdienen, wenn er davon ausgeht, dass in Zukunft die Aktienmärkte fallen werden. Der große Nachteil dieser Leerverkäufe ist, dass es ein sehr spekulatives Geschäft ist mit theoretisch unendlichem Verlustpotenzial. Kommen wir jetzt einmal zur Wertpapierleihe, die solche Leerverkäufe überhaupt erst möglich machen. Warum sollte denn ein ETF-Fonds oder auch ein ganz normaler Investmentfonds solche Geschäfte überhaupt eingehen? Zunächst einmal ist es eine gute Möglichkeit für solche Fondsmanager oder ETF-Manager, sich eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften, denn die Leihgebühren, die der Leerverkäufer zahlt, werden auf der Seite des Wertpapierleihers einkassiert. Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Short-ETFs, die einen Index abbilden, aber genau in umgekehrter Weise. Das bedeutet, wenn der Index 1% fällt, wird der Short-ETF 1% steigen. Wie solche Short-ETFs genau funktionieren, haben wir in unserem Erklärvideo zu ETFs bereits erklärt. Das Video findet ihr ebenfalls hier oben. Was passiert jetzt aber, wenn die Aktienkurse steigen und steigen und die Gegenpartei, also der Leerverkäufer, auf einmal pleite geht und seine Schulden, also seine Aktien, nicht mehr zurückerstatten kann? Gerade dieser Punkt ist der Hauptkritikpunkt beim Thema Wertpapierleihe und häufig auch sehr entscheidend oder ein negativer Punkt für physische ETFs, wenn es um das große Diskussionsthema physisch oder Swap-basierten ETF geht. Dieses Risiko ist in der Regel aber deutlich weniger dramatisch, als es sich im ersten Moment anhört. Denn in den meisten Fällen müssen Leerverkäufer dem Wertpapierleiher eine gewisse Sicherheit hinterlegen. Der Wertpapierleiher gibt dem Leerverkäufer, also seine Aktien, und verlangt dafür eine Sicherheit. In den meisten Fällen sind das zum Beispiel europäische Staatsanleihen in derselben Höhe wie das Aktienpaket, das er verleiht. Sollte der Leerverkäufer also pleite gehen, hat der Wertpapierleiher immer noch die Sicherheit, die er dann verkaufen kann und zu Geld machen kann. Ein weiterer kritischer Punkt, der durchaus seine Berechtigung hat, ist, dass viele ETF-Anbieter die Leihgebühr nicht vollständig an ihre Anleger weitergeben. Da die Anleger ja das gesamte Risiko der Wertpapierleihe tragen, wäre es eigentlich auch angemessen, dass die Leihgebühren in vollem Umfang dem Fondsvermögen zugeschrieben werden und somit direkt dem Anleger zugutekommen. Das ist leider für die wenigsten Anbieter der Fall. Die meisten bezahlen ihren Anlegern zwischen 90 und 50 Prozent der Leihgebühren aus. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall die Entwicklung, dass Anleger in physische ETFs mehr und mehr das Thema Wertpapierleihe ansprechen und somit die ETF-Anbieter unter Druck setzen, mehr Transparenz in das Thema Wertpapierleihe zu bringen und die Informationen offen auf den Tisch zu legen. Wichtig an dieser Stelle ist für Anleger auf jeden Fall zu wissen, in welcher Höhe Wertpapierleihe getätigt wird, welche Sicherheiten hinterlegt werden und wie hoch die Leihgebühren sind, die einkassiert wurden und natürlich wie viel davon in die Tasche des Anbieters gehen und wie viel dem Fondsvermögen, also den Anlegern, direkt zur Verfügung gestellt werden. Das war es auch schon zum Thema Leerverkauf und Wertpapierleihe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen? Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, zum Beispiel zu anderen Kriterien von ETFs oder Finanzbegriffe, die ihr gerne erklärt haben möchtet, dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und passives Investieren, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Abonnier unseren Kanal und dann verpasst du auch keines unserer Videos mehr.